Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir euch ein Sprach- und Rhythmusspiel mitgebracht. Tudor, was brauchen wir alles dafür? Zwei Gegenstände wie Becher, ein Tisch zum Klopfen, die Stimme und ein Lied. Ein Lied. Kennst du Atte Cate Nuva? Ja. Kennt ihr es? Atte Cate Nuva. Der Text ist gar nicht so einfach, den lernen und üben wir jetzt zusammen. Und zwar folgendermaßen. Ich werde ihn euch vorsprechen und ihr könnt ihn gemeinsam mit dem Tudor nachsprechen. Und jetzt machen wir es gleich nochmal. Beide Teile hintereinander. Wir hatten ja gesagt, wir brauchen Becher. Schaut mal her, so funktioniert unser Begleitrhythmus. Und jetzt nehmen wir zum Rhythmus den Text dazu. Bist du bereit? Ja. Jetzt gibt es noch einen zweiten Teil und den lernen wir jetzt gleich gemeinsam mit Text und Bewegung. Schaut mal her. Hexakolla missawatte. Hexakolla missawatte. Hexakolla missawatte. Unser Lied hat noch einen dritten Teil. Das heißt, wir hatten Teil A, Teil B und der dritte Teil ist genau der gleiche wie der Teil A. Das heißt, wir kennen ihn schon. Und das machen wir jetzt von vorn bis hinten durch. Teil A, Teil B, Teil A. Okay, also. Drei, vier. Das gleiche geht natürlich auch mit Steinen in der freien Natur. Also, lasst uns loslegen. Drei, vier. Ja. Ate, Cate, Nuva. Ate, Cate, Nuva. I, Misa, D, Misa, D, Misa, D, Misa, D, Hexakolla, Misa, Wate. Hexer, Koller, Misser, Watte, Atte, Katte, Nu, Wa, Atte, Katte, Nu, Wa, I, Misser, Die, Misser, Duller, Misser, Die. Viel Spaß beim Üben! Tschüss! Viel Spaß beim Üben! Viel Spaß beim Üben!